Wir haben gut gespielt, auch gut zusammengespielt, die Defense war gut, es war sehr intensiv, die waren auch die meisten groß und wir haben alle gut gespielt, es war ein gutes Spiel für uns. Ich denke, es war ein tolles Spiel. Wir haben die physische Abilität gebraucht, aber ich denke, wir haben versucht, mit dem Pace zu spielen und wir waren in besseres Formen als der Gegner. Ich denke, es war sehr gut, dass wir auf die Seite zu spüren, weil die Starrer waren sehr großartig. Und alle, die aus der Bench kamen, haben wir in eine großartige Weise. Ich denke, es war fast alle, dass wir auf die Seite gespielt haben. Es war gut, dass wir auf der Seite gespielt haben. Es war sehr gut, dass wir auf der Seite stehen und ich heute nicht so viel zu spüren. Vielen Dank. Also, ich würde mich sehr interessieren, dass wir diesen Spiel gut gespielt haben, ohne zu verabschieden. Ich möchte zu den Super-ZAPAS in der ersten Reihe ab, denn ich hätte auch zu den Super-ZAPAS. Ich möchte für mich nur ein paar Mal sagen, dass ich hier beim Tourneieren will. Ich möchte den ersten Turn-Eyeinen, dass ich hier im ersten Jahr noch besser bin. Vielleicht sind es nur die Spieler. Ich möchte auch meinen Kanal an, dass wir es zusammengearbeitet haben. Ich möchte mich für den der Tourneieren, aber ich bin der das Werteig. Was ist das für Sie? Ja, vor allem, ich habe keine Verteidigung, aber Super Bowl ist viel höher, viel viel Laptop ist viel stärker. Das ist eine Verteidigung, die Gratulierung ist sehr gut.